Ein regnerischer Freitagnachmittag. Ich komme von der Arbeit, bin voll groggy, muss mir die Beine hochlegen und ein Bier aufmachen. Endlich zu Hause. Was ist denn das für ein Geruch hier? Was riecht denn das hier so komisch? Das riecht ja so nach Verwesung. Was ist denn das für ein Geruch? Das riecht aber als ob sich da jemand aufgehängt hat. Was ist denn das für ein Geruch? Ah, da hängt jemand. Boah, wie das Stink, total verrottet. Das Gesicht der ekelhaften Leiche.